ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video mit dem aquapinter aka uli und zwar zum video 67 wie immer ein wochenupdate was ich alles in letzter woche schönes gebaut habe zum bau meiner modellbahnanlage spur n von anfang an die woche sind wir natürlich dabei bei der vorstellung des fabrikmoduls was ich jetzt endlich zu ich sag mal 95 prozent fertig habe da fehlen noch ein paar figuren die ich gerade selber drucken und ein paar dinge die ich noch sonst bemalen wollte wo ich noch ein paar gedanken dazu hatte das kommt aber alles noch aber seid gespannt ich zeige es euch heute ich zeige euch ein paar aufbauten wie ich was gemacht habe ganz am anfang komme ich auf den lkf zu sprechen von neulich und dann wünsche ich euch viel spaß und das ganze ist wie immer geeignet für anfänger für einsteiger für modellbahnfreunde und kollegen für alle die spaß am modellbahn oder an der modell eisenbahn haben wie gesagt ich wünsche euch viel viel spaß dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder ja und damit recht herzlich willkommen zurück zum video wir sehen jetzt hier den roten bereich oben links das ist der bereich in dem wir ja auch schon die letzten male immer so ein bisschen rum gewerkelt haben wo ich den landeplatz oben gebaut haben und fabrik vorher gebaut habe und das ganze wird heute wie versprochen fertiggestellt das heißt ja nicht ganz also 95 90 prozent ist es fertig ich habe hier 90 prozent geschrieben können aber auch 95 prozent sein ich habe noch ein paar ideen da kommen noch ein paar figuren mit hin da wäre ich wahrscheinlich das arbeiten autos austauschen da werden bestimmte sachen noch angebracht noch ein paar mehr details rein gebracht das werde ich alles so nebenher in zukunft machen wo ich vielleicht immer ein bild mit rein bringen das ist gemacht habe und ja da gehe ich dann wahrscheinlich gar nicht groß mit mehr drauf ein aber ich wollte ja immer schon mal sagen ich habe es jetzt durch und jetzt will ich euch das zeigen ja jetzt haben wir hier erst mal den lkw nehme ich mir noch mal vor ich habe ja den hinweis und beziehungsweise dazu ich habe ja neulich ein eigenes video dazu gebracht wie ich den kleinen lkw hier so ein bisschen aufgemotzt habe und da kam unter anderem auch ein hinweis warum ich denn die hydraulik zylinder wir haben dich noch ein bisschen besser darstelle ich habe alles schön gemacht alles super meinen kleinen maßstab was man ja so tun kann aber er hat recht der jenige ich weiß leider nicht mehr wer es war dann muss ich mich entschuldigen für aber ich denke mal derjenige wird es wissen und ich danke dir recht herzlich dass du mir den hinweis gegeben hast ich bin schlecht vorbereitet ich hätte ja vielleicht internet aufmachen könnten nebenher und gucken wer das war aber wie gesagt ich danke dir recht herzlich dafür und jetzt habe ich das hier also aufgegriffen weil wir hatten ja ganz kurz geschrieben dazu dass ich das machen werde und ja ein bisschen detailverliebt wie ja auch mal bin so gut dass es immer geht in einem kleinen maßstab hier habe ich dann das vorgenommen und es ist wieder mal eine sache wo ich immer schon sagen es sieht kein mensch später auf meiner anlage es ist relativ weit hinten es ist alles sehr sehr klein und ja und die flut dessen was man sich so angucken kann auf einer modellbahn und ich versuche ja immer möglichst viel da so unterzubringen da geht das sowieso unter aber ich weiß dass es da ich weiß dass es gemacht und ich freue mich dass ich da den hinweis bekommen habe und ich habe natürlich auch menschler klar das hättest du noch ein bisschen besser machen können das habe ich jetzt hier einfach noch nachgeholt wie gesagt ursprünglich wollte ich den ganzen bau des lkws in dieses video hier mit rein stopfen das wäre einfach zu viel gewesen das wäre ja nee das wäre zu viel gewesen da hätten wir hier viertelstunden geguckt wie ich einen lkw baue und so habe ich das extra video gemacht das könnte sich halt jeder anschauen den es interessiert hat und die es nicht interessiert hat er halt nicht die gucken sich das heute vielleicht hier mit an aber wie gesagt das ist jetzt einfach nur ein bisschen vorne ans video angepackt hier das ist auch noch gemacht habe weil ich fand es nett und ich wollte zeigen dass ich es gemacht habe und nicht wo es einfach machen und hinstellen sondern ich interessiere mich dafür wenn jemand kommentare was nettes schreibt und dann wird das auch umgesetzt sage ich ja immer schon wenn einer ideen hat immer rein in die kommentare ich versuche alles aufzugreifen und irgendwo mit umzusetzen und in dem fall den hydraulik zylinder und ich finde das ist eine recht hübsche sache geworden ist eine ganz einfache sache da ist ja null hexenjagd dabei wie ich immer so schön sage das ist wirklich bloß dieser kleine schrumpfschlauch mit einem metallröhrchen drin hübsch bemalt und es sieht ganz anders aus kann ich nicht anders sagen es sieht ganz ganz anders aus durch diesen hydraulik zylinder mein sohn sagt tut papa das müssen aber mindestens drei sein die da ineinander ich sage nun lass mal ein bisschen da wie soll das funktionieren das wäre dann vielleicht schlecht da hätte man als papierrollchen irgendwas bauen müssen aber kommt wie gesagt man sieht es ja einfach nicht ist so so klein und ich habe wie gesagt jetzt schon so fertig auf der anlage stehen wir haben es ja eben gesehen und wir werden jetzt immer mal nach bilder mit rein bekommen wo das noch im alten zustand ist vielleicht entdeckt der eine oder andere weil wir haben ja wenn wir hier gerade gucken ist ja doch noch ein ganz anderes bild war ja kein bisschen grün drauf ich fange ja erst an jetzt hier damit und jetzt ja jetzt habe ich ja wieder den quatsen genommen bin ich ja auch schon am zeppelin landeplatz oben verwendet habe aber wie wir vorhin gesehen haben oder eben gesehen haben habe ich den mit schwarzer farbe ein bisschen getränkt und dann schön wieder fein gemacht weil es ist ein bisschen verklebt dabei aber das passt schon recht gut weil ich fand diesen hellen sand sind leicht rötlichen sand gut leicht rötlich ist er immer noch ein bisschen naja wie sagt man so schön tun hat also zu viel für das ganze jetzt hier und so dunkel ist wirkt das doch schon alles ein bisschen verrotteter verdreckter könnte man mit dem besen lang laufen nach dem motto und ja hier sehen wir übrigens auch ein paar unkrautbäume so links und rechts mit dran die ich ja auch schon immer mal verwendet habe oben beim bahnhof doppingen und rechts davon bei der bei der großen fabrik bei der großen fabrik mit die hintergrundfahrzeug wenn euch erinnert da habe ich die ja auch schon mit verwendet habe ich ja damals alle eingefärbt und ja und die finde ich machen sie immer wieder recht hübsch weil das doch in es ist natur und natur sieht nie so perfekt aus obwohl die natur ja perfekt ist da brauchen wir ja gar nicht zum diskutieren drüber aber in ihrer perfektion finde ich sehr herrlich und perfekt das wieder meine weisheit von uli ja jetzt kommt natürlich hier die grasstreu drauf das mache ich ja recht gerne weil das immer die ganze sache ein bisschen runden macht das kommt übrigens auch im vordergrund mit rein da wo die erdkante vorne an diesen metallplanken da lang geht hinten bei den kleinen kessel da rechts diese zwei die waren widerspenstig kann ich euch sagen die wollte erst gar nicht halten jetzt halten sie bombenfest und nachdem ich die ja immer dann verklebt habe die unkrautbäumchen dann werden die ja immer noch mit dem entweder mit dem wasserweißleim gemisch oder mit tiefgrund gedrängt auf der platte selber dann noch und dann sind die richtig schön fest dass da hinten ist übrigens die verdeckte weiche die man da sehen die ich ja mit mit schotter gemacht habe zwar beklebt habe nicht gemacht habe entschuldige beklebt habe und die ist wirklich wie gesagt man sieht sie nur von hier oben wenn man vor der anlage steht ist die unsichtbar ja hier sehen wir es jetzt da unten habe ich auch noch ran gemacht genau diese erde meinte ich als als kannte so als 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 böschung weiß nicht wie man das nennen will jetzt davon wohl so ein bisschen noch mal ein bisschen schräger hoch geht und hier natürlich wieder meine was ist die island muss jetzt wollen wir fast das wort entfallen mein island muss köpfe die ist halt muss köpfe die setze ich wahnsinnig gerne rein auch wenn die ein bisschen widerspenstig sind wie man die immer die so hin tappt dann machen dann den sie sich immer wieder so aus dann werden immer wieder großen die will ich ein bisschen dichter haben und irgendwann geben die auf gewinne ich wieder und das haben wir gerade gesehen oder hier sehen wir es auch dass ich die ganzen jetzt die bewegen sie sogar ein bisschen da sieht man mit tiefgrund wieder an träufle dann werden die richtig schön fest das ist also und dann kommt auf diesen tiefgrund immer noch so ein bisschen gras streut dann nehme ich dann meistens etwas dunkleres da habe ich verschiedene sollten da waldboden und sommerwiese und hast du nicht gesehen und dunkelgrün und ach alle möglichen sachen habe ich da und ich habe plakatierung ich komme von einem thema ans andere heute hier hier habe ich mir ein paar plakate ja besorgt aus dem internet und habe mir die im richtigen maßstab verkleinert im programm hier sehen wir auch das lineal daneben das habe ich mir also vorher ausgemessen wie groß man das machen kann das soll so ein paar werbeplakate sein natürlich im steampunk style also jetzt nichts hier mit mit irgendwelchen markenprodukten die man jetzt hier aktuell haben sicherlich kommt das auch mit vor weil ich ja mal sagen steampunk als wenn es heute noch geben wurde wie ich immer so schön sage da kann auch immer aktuelle werbung mit rein also keine werbung jetzt ihr wisst was ich meine hier so eine plakate oder sowas aber eigentlich kommt dann nur solche fantasiegeschichten hin und die habe ich dann damit an diese sogenannten metallwand angeklebt so ein bisschen mal eins gerade eins ein bisschen schräg das also muss ja nicht immer alles perfekt dran sein und die plakaten menschen die machen das ja auch nicht so hier unten sehen wir übrigens noch die alten männchen die ich nicht mehr verwende das sind die männchen die ich beim beim zeppelin landeplatz oben hingeklebt habe wo ich noch sagte ja kommen im hintergrund sieht man das nicht so da kannst du verwenden nein ich habe das ganze wieder weg gemacht zum großen teil ein paar habe ich gelassen die es völlig in ordnung waren aber die die mir nicht gefallen haben das waren schon ein paar und ich habe auch welche dazugekommen ab und zu werden sie mal sehen bei welchen bildern ich glaube hier kommen noch bilder auch die alten männchen mit drin sind auch personen mädchen personen zu sehen sind aber wie gesagt die werde ich verwenden für irgendwelche sachen in die waggons reinsetzen oder weiß weiß nicht die schranke die gerade gebaut habt die sehen wir jetzt hier links die habe ich aus dem 3d drucker rausgeholt und ja jetzt kommen wir eigentlich schon zu den übersichten viel mehr habe ich euch gar nicht dazu gezeigt ihr seht im vordergrund hier schon habe ich auch ein bisschen begrünt noch alles dran da habe ich so ein bisschen wie der bewuchs so an der wand lang hoch gemacht und um das plakat da ein bisschen drumherum und so dass wir dann alles irgendwo ein bisschen eingewachsen haben ein bisschen verwachsen haben da kommt mit sicherheit noch dies oder jenes mit dazu wie gesagt was hier noch fehlt sind ein paar personen ein paar so genannte assets also ich werde noch ein paar sachen hinstellen schubkacher habe ich schon gedruckt ich habe mir einen neuen drucker gekauft einen 3d drucker so ein sr drucker da komme ich auch mal in einem anderen video noch drauf wo ich also noch viel kleinere sachen und viel saubere drucker mitmachen kann als mit dem 3d drucker mit dem filament den ich hier habe für größere sachen wie für die brücken oder für irgendwas anders werde ich natürlich immer den filament drucker benutzen ansonsten kommt der neue drucker dann für kleinere dinge zum tragen da werden eben viele sachen die jedoch recht grob sind weil ja das gar nicht anders geht von der technik her natürlich mit dem neuen drucker machen wie die schornsteine die hier gedruckt habe das ist völlig in ordnung das kann man so lassen das passt schon die fabrik das ist in ordnung das kann man so lassen da kommen noch viele kleinigkeiten dazu die vergammelten abzüge da die finde ich immer wieder super wo das dann so blitzen also leuchte drin dass die fand ich immer sehr hübsch ja und wie gesagt da kommt noch vieles noch mit dazu was ich so aber hier sieht man die alten figur übrigens oben noch mit drin die sind eben jetzt zum großen teil ersetzt und ich kann auch figuren mit selber drucken und dann muss ich mal gucken dann muss ich ja welche erstellen und das ist bestimmt gar nicht so einfach aber da gucke ich einfach mal was ich mache und es muss ja auch ein bisschen sinn behalten aber wie gesagt so ein paar sachen kommen wir definitiv noch mit hin wie ja personen und irgendwelche säcke und paletten und sowas das wird alles noch hier mit erscheinen deswegen sage ich 90 prozent vielleicht 95 prozent bin ich fertig weil man immer noch so kleine ideen hat was irgendwo hin konnten gabelstapler der irgendwas macht gerade also diese kleinen geschichten die bei euch auf den anlagen ja auch mal so hübsch zu sehen sind die will ich natürlich auch noch ein bisschen mit rein bringen wie gesagt mit den autos da muss ich mal gucken da unten da bin ich noch nicht ganz so glücklich und ja damit möchte ich das abschließen dieses kapitel hier oben ich finde das war ein sehr interessantes kapitel viele werden sagen aber bringt da schon wieder was von dem landeplatz schon wieder was von der fabrik aber es war wahnsinnig viel arbeit und wer sich erinnert was am anfang was das für ein einfaches hotschaum dingens da oben war diese grüne platte ich wollte vielleicht blende ich sie noch mit einem mal gucken aber eigentlich mache ich nicht ist eigentlich quatsch dann kann man den alten videos ja immer noch sehen wie das mal aussah und mir hat es gefallen mir hat es spaß gemacht und ich bin jetzt auch das nächste projekt schon angegangen das wurde ich hoffentlich auch gefallen das ist ein weißes bisschen mal da drunter hier haben wir noch ein paar details aufnahmen zum schluss ich finde es hübsch wenn man überlegt was das für ein riesiger zoom ist den ich gerade verwende das männchen da ist auch ausgetauscht worden der hat einen gelben kopf der könnte von den simsen stamm und ja und der rote da oben und also wie gesagt ich habe sehr sehr viel nach ausgetauscht aber das wärmer so nebenher ein bisschen bemerken ein bisschen sehen und jetzt geht es die etage tiefer als nächstes weiter das wurde dann kommt nicht glaube nächstes video kommen zu den weichen antrieben und signalen noch mal oben aber da muss ich mal gucken wie ich es mache und das neue video oder neue format das 4k format das gibt es jetzt schon ab dem video 69 und nicht ab dem video 70 also ich bin ein bisschen im vorlauf mit der ganzen geschichte dann würde ich sagen macht's schön gut erst mal bis zum nächsten mal euer aquapenta aka uli und die kommentare nicht vergessen tschüss